Platz am Arsch der Heide. Check. Im Internet nach Brandwein selber machen gegoogelt. Check. Artischocke. Check. Geeignete Geräte mit einem Rauminhalt von mehr als 0,5 Liter grundsätzlich verboten. Zoll online. Die Brandweingewinnung ist in Deutschland grundsätzlich nur in Verschluss oder Abfindungsbrennereien erlaubt. Verschlossen. Damit abgefunden. Brandgefahr. Giftig. Ethylalkohol. Zu starke Rektifizierung. Brandwein selber machen kann ja so schwer nicht sein. War doch easy.